ja hallo heute geht es wieder um den satelliten empfang ich habe euch ja bereits in mehreren videos schon gezeigt wie das mit den noa satelliten funktioniert das ist ja eigentlich recht einfach mit wx2 image man tut den sound in die soundkarte einspeisen und dann dekodiert er das und macht ein paar schöne bilder also die software wx2 image von den noa satelliten heute geht es aber um den meteor m2 satellit hier übrigens die software objektron ist eine ganz bekannte satellitenträckersoftware der meteor m2 ist ein russischer satellit der etwas hochauflösendere bilder überträgt ja ist allerdings nicht ganz so einfach wie bei den sag ich mal wie bei den noa satelliten zu empfangen und zu dekodieren die bilder ein bisschen komplizierter wie gesagt sind hochauflösende das sind sehr schöne bilder und ja ich benutze hier dieses objektron einmal natürlich zum trekking hier ist der meteor m2 zurzeit irgendwo auf ein paar irgendwie mitten am pazifik was wichtig ist da gibt es eine anleitung dafür man braucht nämlich ein bisschen mehr an software wie bei den noas einmal objektron braucht man also wir reden ja auch von dem automatischen empfangen also es gibt auch die möglichkeit dass man praktisch das signal aufzeichnet und nachträglich in irgendeiner art und weil es dekodiert aber ich gesagt das war mir zu unkomfortabel deswegen habe ich da die ganze zeit die finger davon gelassen hier schaut das bisher anders aus dass ein automatischer empfang mit einer praktisch realen dekodierung zur realen zeit also er fliegt praktisch vorbei der meteor m2 und wird direkt dekodiert und nicht erst irgendwie nachträglich irgendeine datei ausgewählt und dann daraus bilder zu generieren also objektron braucht ihr ihr braucht es der sharp ist ja auch relativ bekannter ist der software und ihr braucht natürlich eine empfänger wo den frequenzbereich kann meteor m2 sendet auf 137,1 megahertz im wfm bereich also weit fm der empfänger ist bei mir ein noelec str stick der funktioniert wirklich sehr sehr gut als antenne habe ich eine qvh von winkler antennenbau die auch wirklich sehr gut funktioniert und preislich sehr attraktiv ist setze ich euch aber allerdings auch wieder in die video beschreibung auch von der ganzen software wo ich euch jetzt hier euch vorstelle für die einstellung es ist schon viel viel zu machen also wie gesagt str sharp einmal ich zeige euch erstmal alles was ich also brauche jetzt dann brauchen wir nämlich noch mehr dann brauchen wir den lrpd das ist nämlich das format wo ja die bilder haben lrpd decoder in dem fall den v56 ist das hier das ist die neueste version den braucht ihr dann braucht ihr dann braucht ihr meteor gies nennt sich die software und zwar meteor gies der verarbeitet die bilder berechnet die und zwar beim mit m2 ist das so der sendet die bilder die das diese rote teilen dieser bilder sind sehr in die länge gezogen ja teilweise man hat zwar nicht dieses rauschen wie bei den noas weil es ja nicht analog sondern digital gesendet wird aber hat manchmal solche schwarzen streifen drin das kann passieren in den bildern wenn man aussetzer war und meteor gies tut das kompensieren verwischt praktisch diese streifen so dass das ein schönes einheitliches bild ergibt die komplette beschreibung ja dieser ganzen einstellungen gibt es bei happy sat punkt nl set up meteor davon setze ich euch auch den link in die video beschreibung dann wichtig ist dass ihr euch ganz genau an diese anleitung haltet also auch von der ordner struktur her das sind hier übrigens jetzt nur so ein paar beispiele was man dazu benutzen kann ist am anfang hier ist der no alec den ich auch benutze dafür ich habe übrigens an meiner qva noch ein mast vor verstärker für 137 megahertz der funktioniert auch sehr gut das hätte ich euch auch den link in die video beschreibung dann wo ich das alles mir zusammen gekauft habe für den str sharp braucht ihr noch ein paar plugins das ist einmal der meteor dem demodemodulator plug in v 2.3 den müsst ihr vorher installieren bei str sharp und den dd tracking klient v 1.2 den braucht ihr auch es gibt aber so community package vom str sharp wo die beiden dann schon installiert sind wobei das jetzt auch keine großes hexenwerk ist diese zwei plugins zu installieren das sind nur zwei dateien letztendlich wo man in den str sharp ordner verschieben muss steht aber hier absolut super beschrieben also absolut korrekt auch beschrieben geht einfach genau nach der anleitung durch der erste teil der anleitung ist wenn man ohne meteor gieß arbeitet praktisch um einfach nur die bilder zu empfangen ohne automatische korrektur halte ich jetzt nicht so viele von objektron auch noch ganz wichtig braucht ihr für den automatischen empfang weil mit objektron verbindet ihr str sharp und damit mit dieser software die gibt praktisch den befehl zum aufzeichnen ja also objektron gibt den befehl zum aufzeichnen sobald meteor vorbeifliegt also str sharp was das weiß das eigentlich dadurch dass objektron ihm das sagt ja mal einfach ausgedrückt dass auch eine absolut detaillierte anleitung dazu da also ist hier wirklich super beschrieben also wie man da str sharp mit objektron verbindet hier die config datei setup also wenn man da genau danach geht funktioniert das wunderbar wie gesagt der erste teil der beschreibung ist ohne meteor gieß wenn meteor gieß nicht benutzt sondern einfach nur die bilder haben will ohne zum beispiel so ein kompo seit image zu generieren oder so weiter wobei ich das sehr interessant finde zum beispiel aus zwei bilder eins zu machen aus mehreren überflügen wenn wir jetzt einfach nur die einzel bilder haben will ist der erste teil der beschreibung auch da hier wie man den tracking klient im str sharp dieses blog in praktisch auch ja ja wie man das einstellt beziehungsweise was mir befählen für befehle man hier eingibt ja hier zum beispiel die bandbreite die frequenz welche was für bilder in welchem format er dekodieren soll woher hin die speichern soll und so weiter das sind praktisch befehle wenn das signal kommt und wenn es wieder weg ist was dann passiert also das ist wirklich sehr detailreich beschrieben also wenn man da genau danach geht nach dieser beschreibung kann wirklich nichts passieren bin ich der meinung zumindest ja wie man das dem modulator dem modulator plugin auch einstellt alles on detail beschrieben so hier auch setup vom lrpd decoder ist auch mit dabei und wie man das in diesen tracking klient dann auch eingibt auch on detail beschrieben hier seht ihr das auch mal hier zum beispiel bild wie die bilder ankommen im rohformat ziemlich in die länge gezogen also normal müsste das von der ansicht breiter sein das erledigt aber dann alles die software meteor gieß deswegen habe ich auch bin ich gleich zu diesem setup hier übergegangen mit setup meteor gieß 2 es gibt übrigens zwei russische satelliten aber den einen empfange ich nicht hier ich empfangen nur den m2 hier sind auch die downloads alle drin von den ganzen auch von den ganzen plugins und von allem anderen kann man hier anklicken und dann kommt man auf die download seite und auch hier für dieses setup führen für meteor gieß die diese bilder dann berechnet und bereinigt und die einfach ein bisschen schön macht und um halt auch diese composites image zu bekommen wenn man jetzt mehrere überflüge hat innerhalb von sechs stunden kann man dann ein schönes bild daraus generieren bzw die software macht das ich will da jetzt auch nicht zu viel fach quatsch da reden wenn ihr euch da einfach hier genau dran haltet genau das hier so auch die ordner struktur das habe ich gemerkt die ordner struktur sollte wirklich genau so sein wie hier in dieser beschreibung auch von den dateien her ich habe das mal irgendwie probiert habe meinen ordner anders benannt und dann hat er da nichts mehr gemacht hat er keine bilder mehr abgespeichert und so weiter die ordner struktur sollte ganz genau so sein also ich habe zum beispiel festplatte c ihr könnt aber auch d nehmen oder so das ist jetzt egal wo macht ein ordner meteor macht ein ordner image minus m2 meteor gieß wo dann also meteor gieß ist ja das die software die sollte auch da mit drin sein out image m2 s file und so weiter den lrpd decoder da braucht ihr nur die exit datei alles andere braucht ihr nicht der kommt auch mit hier in den ordner diese ini datei also diese config datei die generiert er selber wenn er das gemacht hat kann das mal passieren dass er fragt nach ja nach der auflösung 72k oder irgendwie 80k oder irgend sowas dann müsst ihr das hier eingeben das ist gleich in der ersten spalte da steht auto als mode schalte tut ihr einfach 72k eintippen aber wie gesagt auch das steht hier alles beschrieben ja dann hier die befehlszahlen wenn ihr meteor gieß verwendet zum zum dekodieren beziehungsweise dann auch zum berechnen der bilder wieder von dem dde tracking klient also das ist alles einwandfrei gemacht hier also das ist wirklich sehr sehr gut beschrieben ja und dann könnt ihr da auto eine automatische dekodierung machen ja eine echtzeit dekodierung der lrpd Bilder von meteor ich setze euch da den link in die video beschreibung damit ihr da nicht lang suchen müsst von dieser video von dieser beschreibung und dann zeige ich euch das jetzt auch nochmal beim str sharp wie das ausschaut und zwar das ist hier moment ich gehe mal ein bisschen hoch also das ist einmal der dem modulator für meteor dieses plugin steht auch dann hier und das ist der tracking dde klient der jetzt zurzeit kontakt zur objektron hat so da oben und zwar wenn ihr das genau nach anleitung gemacht habt könnt ihr nämlich jetzt hier als treiber str sharp auswählen und hier auf verbinden klicken hier die daten muss man natürlich eingeben den dati downlink frequenz den doppler effekt den berechnet er selber und was für eine bandbreite Was ja auch noch hier eingeben müsst beim Tracking klient ist einmal ab wann er aufzeichnen soll also ab 1 grad höhe azimut ja also wenn er praktisch über den Horizont steigt den der satellit habe ich jetzt mal ein grad gewählt meistens lang das noch nicht um ein schönes signal zu bekommen aber ab da startet er bei mir und hier ist auch diese konfigurations geschichte was auch in der beschreibung weil ich euch vor eben gerade gezeigt habe genau aus für dass diese ganzen befehle wo ihr da eingeben müsst damit das alles automatisch funktioniert ihr müsst dann hier halt den satelliten generieren das kann man hier mal add a new satellite clip klickt ihr dann da an und schreibt es aber genauso hin in großbuchstaben minus m und dann hier unterstrich zwei ja nicht irgendwie ein freizeichen nur lassen weil wenn das nicht genau übereinstimmt mit dem was objektron sendet funktioniert das nicht ihr seht ihr wie das hier geschrieben ist so ich habe übrigens nur hier den ton aus deswegen ist hier so leise ja wie gesagt ich habe eine qvh antenne dran rechtsdrehend und das ist eine super antenne hat mich gekostet 75 euro das ist für so eine antenne eigentlich recht günstig man kann die natürlich auch selber bauen dafür gibt es genug anleitungen auch im internet aber ich habe mit dem herrn den winkler selber gesprochen der dieses diese antenne baut von winkler antennenbau und ja der mann war mir eigentlich ganz sympathisch und ich muss sagen das was er da geschickt hat ich blende euch auch mal ein paar bilder ein von der antenne dann könnt ihr das mal sehen unten habe ich dann wie gesagt noch den mast vor verstärker für den frequenzbereich installiert und dann macht das das natürlich noch besser alles ja wie ihr seht ist meteor noch eine weile entfernt er fliegt auch nicht wohl jetzt bei diesem pass fliegt er nicht direkt also da ist meine station ja er fliegt bisschen nebendran aber das langt allemal und ja dann werde ich mal kurz die kamera ausschalten und sobald meteor in der nähe ist schalte ich sie wieder ein und dann können wir das mal live betrachten wie das funktioniert mit dieser meteor m2 dekodierung also bis gleich so wie ihr seht nähert sich meteor m2 jetzt langsam elevation ist jetzt 0,9 und jetzt bin ich über ein grad das was ich vorher eingeschalten habe also eingestellt habe ab dem zeitpunkt wo er aufnehmen soll und wie ihr seht hat sich auch automatisch meteor gieß aktiviert und meteor gieß aktiviert jetzt auch den lrpd decoder hier neben seht ihr auch das signal das ist so ein breites signal von meteor ja und ja jetzt dudelt die bilder ein da oben seht ihr schon einen leichten rand momentan ist ein kleiner aussetzer da ein bisschen in kontakt verloren das kann mal passieren er ist noch ein bisschen weit entfernt aber er wird dann schon wieder kommen wir warten einfach mal ja wie ihr seht hier das signal baut sich jetzt wieder auf und dementsprechend geht es auch mit den bildern dann weiter das ist einfach am anfang so wenn er noch relativ weit entfernt ist kann man hier jetzt dann so ein aussetzer sein wie ihr seht hier an dem schwarzen balken aber jetzt gehen die bilder dann praktisch weiter ein aussetzer in dieser in dieser breite sag ich mal kann das kann die software auch nicht kompensieren aber das seht ihr dann gleich dann auf den fertigen bildern aber zum beispiel hier solche kleinen scharf kriegen solche kleinen schwarzen streifen das kompensiert dann die software also meteor gieß nochmal von der struktur her also obikdron sagt str sharp wann kommt der satellit an str sharp kriegt das mit indem er also mit diesem plugin dem tracking klient der tracking klient sagt dem demodulator der satellit ist im anflug der demodulator registriert das signal hier neben das schaltet automatisch meteor gieß zu und meteor gieß schaltet den lrpd decoder dann danach praktisch zu ja ja und dann kommen jetzt hier schon mal so ein paar bilder rein ja also aus diesen drei einzel bilder was jetzt rein kommt wird dann letztendlich ein farbiges rgb bild generiert was dann sicher schön anzuschauen ist weil jetzt zurzeit ist das signal wirklich sehr gut so gut wie eigentlich oder jetzt hier überhaupt keine aussätze wir schauen mal wie der überflug stattfindet ist auch relativ dicht dabei ja sag ich mal das ist für die qvh antenne überhaupt kein problem ich hatte auch schon gestern hatte ich das auch schon mal ausprobiert da war meteor hier über krönland geflogen und ich hatte hier trotzdem noch kontakt zwar nicht so perfekt aber es hat gelangt um bilder zu bekommen ja auch der unterschied übrigens zu noah ist ja analoge geschichte hier digital wenn aussetzer vom signal sind dann sind es wirklich komplette aussetzer hier wie solche schwarzen streifen also das kein rauschen oder so das ist nicht verrauscht entweder ist es da oder ist halt nicht da dann werden wir mal den überflug komplett mal beobachten das signal ist jetzt hier seht ihr hier so ein bisschen ich will jetzt nicht hier groß was verrücken mit dem mauszeiger nicht dass ich aus versehen was verstelle das signal aber seht ihr hier schon ist sehr sehr stark übrigens alternativ zu den 137,1 megahertz sendet meteor übrigens auch auf 137,9 solltet ihr irgendwelche interferenzen oder störungen auf der frequenz 137,1 haben könnt ihr auch wechseln zu 137,9 das würde auch funktionieren und wie gesagt was ich euch vorhin schon gesagt habe die rohbilder die sind sehr in die länge gezogen normal müssten die etwas gedehnt werden das macht aber dann alles hier meteor gieß das jetzt im hintergrund gerade abläuft erledigt erledigt das dann alles ja macht dann ein schönes bild draus und wie gesagt voll automatisch ich habe einfach nur den str laufen lassen und wie gesagt orbictron hat das dann hier alles mitgeteilt hier ist ein satellit im anflug und schon wird alles aktiviert was aktiviert werden muss um die bilder zu empfangen zu den einstellungen des str erzähle ich dann gleich was wenn das durch ist zeige ich euch auch nochmal um da eine optimale um ein optimales ergebnis zu erlangen ihr seht das signal wird stärker im hintergrund klar meteor kommt auch näher näher an meinen standort dran tja die rohbilder die rohdateien sozusagen wo jetzt hier dekodiert werden habe ich mir erst gedacht naja so doll sehen die jetzt gar nicht aus das ist ja sieht ja schon eigenartig aus aber was später dabei rauskommt ist wirklich klasse hier hatte ich zum beispiel mal nicht dass der kontakt verloren gewesen ist aber da war halt mal eine kurze störung im signal dann entsteht manchmal so ein schwarzer streifen das ist aber nicht schlimm das tut dann meteor gießt die software tut das dann kompensieren ja das kann durchaus mal passieren wenn irgendeine interferenz wir sind ja hier auch in der nähe vom flugfunkbereich und da kann es schon mal passieren dass so kleine störungen auftauchen wenn jemand dazwischen funkt auch wenn wir offiziell von der frequenz her ein bisschen daneben sind hatte ich das auch schon mal dass auch mal einer gefunkt hat ein flugzeug ja sehr schönes signal seht ihr hier auch an diesen gekriselt an diesen vier wenn die so angeordnet sind dementsprechend ist das wirklich ein super signal ein dekodierbares signal lassen wir mal weiter laufen ich denke das gibt einen schönen überflug das signal wird immer stärker ein schönen hügel hier wie ihr seht wirklich sehr sehr schön die software arbeitet auch sehr gut ist jetzt auch direkt parallel mehr oder weniger meteor wie gesagt es gibt zwei stück von diesem meteor satelliten meteor m2 oder meteor m1 aber meteor m1 empfange ich hier nicht da fliegt eine andere umlaufbahn übrigens was auch ganz interessant ist ihr müsst nur aufpassen wenn ihr das mal in den abendstunden ausprobiert es ist so meteor schaltet nicht immer seine infrarot kameras ein es gibt auch zeiten in einem gewissen abstand ich glaube alle zwei wochen ich bin mir da jetzt noch nicht ganz sicher schaltet er auch mal für eine woche seine infrarot kameras ab und wenn ihr das dann hier so nachts mal ausprobiert wenn es dunkel ist kommen hier wirklich nur schwarze bilder weil er die normalen kameras nur an hat und dann ist es hier einfach nur ein dunkles bild also ein dunkles streifen weil es ist ja nacht ja deswegen wundert euch nicht wenn ihr immer abends das ausprobiert und ihr kriegt da kein bild hin obwohl alles funktioniert die software aktiviert sich alles funktioniert aber hier kommt nur schwarz wenn es nacht ist klar dunkel bleibt dunkel da passiert hier nichts es gibt aber auch wie gesagt dann zeiten wo er seine infrarot kameras hat dann gibt es hier so ein infrarot bild wo dann aufgebaut wird wir sind in der elevation bei 26 über 6 grad das ist super und er baut weiter auf ich denke das gibt ein schönes bild diese diese eine kurze störung da ich denke das wird kompensiert durch die software das dürfte eigentlich kein problem sein hier der hier nicht aber das ist auch nicht so schlimm das war ganz am anfang hier seht ihr auch so ein bisschen verzerrt den stiefel italiens hier bis in dänemark da deutschland aber das seht ihr dann gleich auf den fertigen bilder besser wenn die dann berechnet und bearbeitet sind also das automatische bearbeiten und es läuft gut weiter muss man sagen gesagt jetzt hier italien das seht ihr auch hier meteor ist gerade auch hier so an dem stiefel gut ich lasse das mal weiter laufen ich schalte gleich die kamera ein wenn es wieder fertig ist das dauert nämlich noch eine ganze weile jetzt ok bis gleich so der überflug ist jetzt gleich fertig wie ihr seht bin ich schon bei 1,1 und ab 1 grad ist dann gleich schluss 0,8 jawoll und ihr seht LRPD decoder hier zum schluss wie gesagt seht ihr hier ist ein paar mehr störungen aufgetaucht klar weil er aus meinem bereich rausgegangen ist aber trotzdem das sieht gut aus jetzt hat sich LRPD decoder abgeschaltet und meteor gies übernimmt die berechnung der bilder und die generierung da werden die einzelnen blau grün rot ähm äh kanäle praktisch ähm empfangen also von meteor gies jetzt von LRPD decoder und jetzt wird korrigiert ne also das macht hier die software wirklich komplett alleine das ist wirklich eine tolle sache das dauert auch eine weile und ich bin mal gespannter auf das Endergebnis er arbeitet noch hier seht ihr Filling Missing Black Lines also die schwarzen Linien werden gefüllt im Grunde macht die Software nichts anderes als so ein bisschen diese zarten Linien mit der Umgebung zu verwischen so dass ein schön einheitliches Bild daraus wird no image for creating IR also für Infrarot ist klar ist kein äh äh keine Aufzeichnung stattgefunden jetzt am Tage ein äh Thermalbild ist auch nicht dabei also ist ein RGB Image schlichtweg einfach wo entsteht ihr seht übrigens der nächste Überflug der jetzige ging ja hier sag ich mal äh östlich an mir vorbei der nächste Überflug westlich ähm daraus wird dann bestimmt auch ein schönes äh Composite Image also ein Bild aus zwei Bildern das zeige ich euch aber dann auch noch dann mal später Übrigens dass der Ton sich vom SDR Sharp abschaltet bei der Dekodierung ist ganz normal ne weil äh der Demolator äh dem Demolator dann nur mithört so jetzt hat sich alles geschlossen dann wollen wir doch mal gucken was dabei rausgekommen ist Meteor Meteor sooo da haben wir doch was ja wunderbar sieht doch schon gut aus und da seht ihr das fertige Bild und ich muss sagen wunderbar das ist wirklich ein sehr schönes digitales Bild vom Meteor M2 geworden hier oben äh der Streifen ist dieser kurze Aussetzer hier hatten wir ja mal kurz leichten Kontakt gehabt und dann ähm ein Aussetzer praktisch ja ja aber das ist nicht schlimm hier das ist hier ganz oben im Norden Norwegens da haben wir halt leichten es sind auch viele Berge ich weiß nicht ob das davon liegt ja und dann seht ihr das was daraus geworden ist bis runter ans nördliche Afrika ich kann hier mal ranzoomen hier das könnt ihr übrigens auch den Schrift äh die Beschriftung des Bildes könnt ihr alles in Meteor Gieß in der Config Datei dann festlegen was hier oben stehen soll hier jetzt der Name meiner Station und mein Name und die Uhrzeit und was für ein Satellit und da kam dann hier dieses wunderbare Bild bei raus schön über so eine Art Erdball gelegt also das ist wirklich sehr sehr gut geworden geworden Klasse ich zoome mal ein bisschen ran hier sind auch die Städtenamen schön wie gesagt hier die Bewölkung über Norwegen ist gerade ein bisschen was los ist nicht so schönes Wetter aber wie ihr seht hier bei uns klarer Himmel also wunderbar hier über die Türkei ist auch nicht so tolles Wetter Italien aber wir hier in Mitteleuropa jetzt keine Bewölkung ja also das ist eine super Sache funktioniert wirklich einwandfrei und ihr kriegt wirklich schöne hochauflösende Bilder also wesentlich besser wie von Noah auf jeden Fall ja ich werde übrigens wenn ich zeige euch das mal wenn jetzt der zweite Überflug innerhalb von 6 Stunden stattfindet das tut er ja dann hier ist der Ordner für die Bilder wo praktisch für die fertigen Bilder den habe ich wie gesagt nach genau der Ordner Struktur in der Beschreibung festgelegt der speichert das dann hier automatisch ab ich habe gestern auch schon zwei Überflüge gemacht so ähnlich wie heute auch von der Flugbahn her das waren so meine ersten Tests kann ich euch ja mal zeigen und das ist hier praktisch ein Composite Image hier war er auch erst östlich an mir vorbeigeflogen und dann westlich über Grönland und Meteor Gies generiert dann automatisch diese Composite Images also fügt dann zusätzlich zu dem normalen Bild was ich euch jetzt gerade gezeigt habe fügt er dann noch dieses Composite mit dazu ja also verbindet diese zwei Bilder das wie gesagt ist von gestern ist auch übrigens sehr schön geworden muss man sagen ja aber wie gesagt das ist von heute super Sache leicht andere Flugbahnen wie gestern weil hier ist mehr Nordafrika drauf ja wunderbar gut ja das wollte ich euch mal zeigen probiert das mal aus das ist eine super Sache finde ich und ja ihr braucht halt also ich habe es mal mit der Kreuzdiebol also mit der Turnsteel Antenne probiert wo ich auch Nora mit empfange wo ich eigentlich sehr gute mit empfange das hat nicht so doll geklappt daraufhin habe ich mir diese QVH Antenne besorgt wie gesagt 75 Euro bei Winkler Antennenbau ist wirklich nicht teuer für so eine Antenne es gibt auch andere kommerzielle Produkte was das betrifft die sind so zwischen 200 und 300 Euro wie gesagt man kann die sich auch selber bauen ist jetzt nicht ganz so schwierig aber ich habe gedacht ich hol mir die mal ich gönne mir das mal und ja es hat sich auf jeden Fall gelohnt kann man nichts sagen ja und mit dem NoElec SDR Stick wo ich da benutze läuft das auch einwandfrei da gibt es auch nichts zu meckern und der ist ja auch recht günstig man kann das natürlich auch mit einem Air Spy machen oder sowas ist aber natürlich ein bisschen teurer und kann eigentlich nicht mehr und nicht weniger zumindest hier in diesem Fall ja hier wie ihr seht die Uhr entfernt sich das seht ihr hier auch an dem Plugin an dem Tracking Klient nochmal zu den Einstellungen vom SDR hier seht ihr übrigens meine ganzen Bilder wo ich bis jetzt so aufgenommen habe ja sind ganz gut geworden ich hatte kaum irgendwelche Probleme muss ich sagen bis jetzt so Einstellungen SDR nochmal kurz die Sample Rate solltet ihr auf 0,900001 MSPS einstellen Offset Tuning und ich habe gemerkt dass bei 43,4 dB aber da müsst ihr jetzt selber mal gucken wie das bei euch ist kommt auch auf die Antenne an habe ich da die besten Ergebnisse mit mehr braucht ihr eigentlich nicht alles andere erledigen diese zwei Plugins und ja haltet euch genau in die Beschreibung wo ich euch in den in die Video Beschreibung setze und dann kann das wirklich auf Anhieb funktionieren sollten trotzdem noch Fragen sein was Konfiguration Einstellung der Software und so weiter betrifft oder ihr einfach Probleme habt weil die Beschreibung ist halt auf Englisch falls ihr irgendwie sprachliche Probleme habt diese zu verstehen dann wie gesagt schreibt mir einfach in den Kommentaren die Frage rein was ihr habt ich werde antworten zeitnah und helfe euch natürlich auch bei den Konfigurationen und Einstellungen der jeweiligen Software bevor ihr da jetzt tagelang verbringt und das irgendwie nicht hinbekommt ist der Quatsch ne da fragt ihr mich einfach und ich kann euch da vielleicht unterstützen wenn es geht irgendwie ja so gut ansonsten wenn natürlich jetzt viele Nachfragen kommen und ihr sagt ich soll noch mal ein eigenes Video nur über die Einstellung und Konfiguration der jeweiligen Software für diesen Meteor M2 Empfang machen mach ich das natürlich auch gerne wie gesagt in der Beschreibung ist das wirklich sehr detailliert beschrieben aber wenn ihr den Wunsch danach habt ein extra Video dann werde ich hier so eine Schritt für Schritt Einleitung nochmal machen für die Konfiguration der jeweiligen Programme jetzt wie Meteor Gies, LRPD Decoder, SDR Sharp und Objektron kann man natürlich kann ich natürlich auch machen wenn da erhöhte Nachfrage besteht ist das auch kein Problem gut das war Meteor M2 Empfang ist wunderbar ich werde jetzt noch im Nachgang des Videos euch ein paar Bilder einspielen ähm ja vom Meteor M2 was ich so empfangen habe jetzt heute noch da könnt ihr euch die mal ein bisschen zu Gemüte führen und das auch ein bisschen genießen diese schönen Bilder gut dann bleibt dran es kommen noch ein paar Bilder bis dann macht's gut tschüss und wenn es euch gefallen hat würde ich mich über einen Daumen hoch und äh ein Abonnement sehr freuen macht's gut tschüss wenn ihr euch gefallen hat dann gibt es euch gefallen ein das mal es kommt dann ja ja Untertitelung des ZDF, 2020